Darin, als sei ich mit Aalen bedeckt? Dann hättet ihr wenigstens etwas an. Prüderie ist ja allerliebst. Ich hatte Verstörung erwartet. So ist es viel besser. Wenn man mich schon anstarrt, dann lieber lüstern. Dann versucht es ruhig weiter. Oh, soll ich das eine oder andere vorführen? Und ihr sagt dann, ob heiß oder kalt? Ich spare uns mal die Zeit. Kalt. Ihr verspottet mich. Ja, Morrigan. Morrigan kann sich gar nicht vorstellen, dass vielleicht jemand gar nicht so ihren Reizen erliegt. Und damit hat sie willkommen zurückgeleben bei einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Könnt ihr für einen alten Mann etwas erübrigen? Ich würde dir gerne was geben, aber das Spiel lässt es leider nicht zu. Anscheinend haben wir aus irgendeinem Grund tatsächlich nicht mit dem Farren hier geredet. Und ich hatte ja irgendwas, was ich wiederholen musste. Der steht da auch noch. Also die Quest zeigt mir an, dass ich noch nicht mit ihm geredet habe. Jetzt habe ich Stan dabei. Jetzt bin ich mal gespannt. Siehste? Ach, der hat auch Waren. Wir haben mit ihm geredet, aber laut Quest haben wir es eben nicht. Und das wundert mich so ein bisschen. Okay, pass auf. Ich habe... Es ist etwas, was wir eben... Die Sachen kommen mir bekannt vor. Dann habe ich die mir verkauft, aber jetzt bin ich gerade mal... Er hat ein Kunari-Schwert dabei. Ich würde es Just for Fun einfach mal im Kaufen, wobei der wahrscheinlich von mir ist. Oder das wahrscheinlich von mir ist. Das sind zwar Lederstiefel, aber keine anti-vanischen oder wie das heißt. Ich glaube, Stan steht auf sowas, ne? Das sind Pläne. Giftextrakt, warte. Giftextrakt, die brauchen wir noch. Jetzt haben wir 13. Wir brauchen, glaube ich, 15 Giftextrakt, ne? Konzentrationswirkstoff. Nee, Froststein. Wir brauchen, glaube ich, irgendwie Destillation oder sowas. Das ist totaler Schwachsinn. Wahrscheinlich habe ich ihm das verkauft, aber egal. Es ist nicht das Schwert. Egal. Also, um das nochmal zu zeigen. Stan's Schwert könnte sich im Besitz des Plünderers Farren befinden, der das Schlachtfeld abgesucht hat, auf dem es verloren ging. Farren war auf dem Weg nach Orsama und ist inzwischen vermutlich schon dort. Das ist Farren gerade gewesen, mit dem wir geredet haben. Und er hatte was gesagt? Ich glaube, noch Denerim, ne? Ist der andere Typ. Jetzt sagt nicht, dass das kaputt ist und wir jetzt in Denerim den anderen Typen nicht mehr finden können, der das Schwert womöglich hat. Dann weiß ich echt nicht, was ich tun soll. Dann... Ja, ich habe genau den richtigen Bansch dafür dabei, der Mitleid mit dir hätte. Ich kann ihm leider nichts geben. Mich plagt die Frage, ob ihr jetzt den Platz eurer Mutter einzunehmen gedenkt. Ihren Platz einnehmen? Was meint ihr damit? Als neue Hexe der Wildnis. So wurde sie doch genannt, oder? Und wer die Königin erschlägt, übernimmt gemeinhin ihren Thron. Da der Thron nur eine kleine Hütte inmitten einer kalten Wildnis ist, werde ich darauf wohl verzichten. Ich frage mich, weshalb ihr mich wohl anlügt. Ah, ist das der Teil, wo ihr auf eine finstere Intrige meinerseits anspielt? Weil eurer Aufmerksamkeit eben rein gar nichts entgeht? Ihr kanntet also die Pläne eurer Mutter nicht, bevor ihr in dem Buch darüber gelesen habt. Das habt ihr behauptet. So ist es. Ich bewundere euch. Ihr seid eine überaus durchtriebene Frau. Und ihr seid ein Narr, der viel zu viel Zeit auf seine Frisur verwendet. Okay, ich glaube, den Dialog hatten wir schon mal. Irgendwann mal in Denerim hatten die beiden, glaube ich, schon mal dieses Gespräch. Gut, wir gehen als nächstes zu Dagna und teilen ihr mit, dass sie zum Turm der Magie gehen kann. Hallo, wie kann ich... Ihr seid... Und ist es schon... Eine Weile her? Lange genug, um zum Zirkel und zurückzureisen? Oh, bitte, was haben Sie gesagt? Wie süß. Ähm. Nee, ganz ehrlich, er nimmt sie als Schülerin auf. So hat er das ja auch gesagt. Ihr könnt zum Zirkel gehen und bei dem besänftigten Leben Blödsinn. Der erste Verzauberer Irving nimmt euch als Schülerin auf. Die Ahnen segnen euch. Ich kann es nicht glauben. Einen Beobachter der Zwerge gab es im Zirkel seit Eurelden im 13. Jahrhundert nicht mehr. Ich muss packen. Nein, meine Eltern würden nur misstrauisch. Ich muss gehen. Soll ich etwas mitbringen? Bücher? Oh, wie süß. Oh, die ist so süß. Ich mag sie. Ein kleines Zeichen, eure Dankbarkeit wäre nett. Nichts davon. Die Magier brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Äh, wahrscheinlich würden wir mal ganz tolle und einzigartige Gegenstände bekommen. Aber ganz ehrlich... Obwohl, warte... Normalerweise würde ich da nichts für nehmen. Jetzt denke ich gerade mal berechnend. Ich habe Morrigan dabei, ich habe Zerrin dabei. Die reagieren auf sowas immer sehr gerne. Ähm... Und es würde keiner negativ reagieren. Natürlich, eine Belohnung. Ich habe gerade etwas Lyrium aus dem Lager geholt. Reicht das? Ich habe eine Lyrium-Rune, die in jede Waffe eingesetzt werden kann. Oder Serum, wie es Magier benutzen. Was ist euch lieber? Die Rune? Bitte sehr. Ich hoffe, das reicht als Dank. Ich werde euch das nie vergessen. Wenn ihr je wieder zum Zirkel kommt, sehen wir uns ja vielleicht. Na, das wäre es mir. Okay, das hat die in feuchten Dreck interessiert. Wahrscheinlich nur dann, wenn ich irgendwas Nettes mache oder sowas. Oder wenn ich eine andere Gruppe dabei hätte und ich hätte die Rune verlangt oder die Belohnung verlangt. Ach, das ist manchmal großartig. Okay, damit hätten wir die Quest auf jeden Fall erledigt. Ich scheue mich gerade immer noch vor den politischen Entscheidungen hier. Sorry, ich bin dafür momentan nicht wirklich in Stimmung. Das war im Gesinderviertel von Denerim. Der fehlte uns noch und da kamen wir nicht rein, weil es abgesperrt ist. Pflichtversäumnis, Deserteure. Also sowas wie die Blackstone-Frei-Scherla wird wahrscheinlich nicht beendet werden. Die Gefährten-Quest mache ich, soweit sie sich auftun. Wins-Quest haben wir gemacht. Das ist Stans-Quest. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Für Morrigan haben wir ihre Mutter getötet. Wow, das war eigentlich das Größte überhaupt. Alistair hatte uns nicht wirklich behelligt mit ihm. Wir haben zusammen nach Radcliffe gereist. Gefallen für gewisse Gruppierungen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon zwölf zusammen haben. Und die 15 Gift-Extrakte. Das wäre aber auch wieder ein Denerim. Gut, wir konzentrieren uns also auf Orsama. Das würde heißen, die tiefen Wege oder zum Lord zurückkehren. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich will es nicht wirklich. Aber wir machen es. Was soll es. Auch da wird es falsche Entscheidungen geben. Und auch immer wieder falsche Entscheidungen geben. Hier habe ich mir, glaube ich, einen Shop versaut. Weil ich falsch reagiert habe. Du hast... Nee, du bist ein Bürger. Wo war denn der andere Typ? Garen, was? Du? Ach, er war der... War der... Habt ihr mein Mittagessen gesehen? Ein Stück Flechtenbrot mit einer Scheibe altem Käse und getrockneten Fleischfransen? Ach, das wäre... Ich frage nur, weil man ja nie weiß, ob nicht jemand Hunger bekommt. Oh, das war... Ja, er war es mit dem... Warte mal. Er ist mit Lyrium in Berührung gekommen oder irgendwie sowas, ne? Wir haben ihn aber schon gefragt. Geht es euch gut? Oh, ich hoffte, es würde euch nicht auffallen wie den meisten. Es gab da vor... Ja, das hatten wir schon. Nur beim Schmieden nicht. Dann bin ich voll da. Die beste Arbeit, die ihr je gesehen habt. Nur zu überzeugt euch selbst. Okay, das werde ich. Gut, hatten wir schon. Oh mein Gott, der Dorn der Hose. Das ist ein Dolch. Alter Schawinski. Okay. Schwerer Metallschild. Drachenknochen. Neun. Okay. Neun, drei. Was ist denn der Stärkste, den wir haben? Das wäre Caelan's. Drei. Hier der Rundschild. Den können wir auch verkaufen. Komm. Ich darf damit gar nicht anfangen, sonst raste ich hier, glaube ich, aus und eskaliere hier. Metallsplitter, sonst hat er leider nichts. Schade. Wir haben aber noch den Schmied. Das ist ja auf der anderen Seite. Und er hat auch nichts anderes, ne? Ne, er ist nur der Nackfänger. Okay. Ich gucke bei dem eben nochmal. Und dann gehen wir zu Harrimund. Und er ärgert mich immer noch, das mit den beiden. Aber ich habe keine andere Wahl, das zu entscheiden. Das ist ein Bürger. Das war er hier, ne? Der wahnsinnig unfreundliche. Zurück, um etwas zu kaufen, hoffe ich. Ah, jetzt zeig mal. Ich nehme euer Gold. Dafür taugt ihr. Danke. Okay, pass auf. Er hat nur das. Das haben wir ihm wahrscheinlich auch verkauft. Ja, nee. Schade, schade. Krug des Königs der Seitengassen. Ein Denkmal für den wackeren Schluckspecht. Passenderweise aus gehämmertem Gold. Da ohne Deckel ist schnelles Schlucken möglich. Ganz ehrlich. Ich kaufe die Sachen, glaube ich. Ich kaufe die Sachen. Oh, die natürlich auch. Macht was? Akademische Sektion einmal. Ja, wir kriegen da, glaube ich, Attribute für und können dann bestimmte Richtungen lernen. Aber muss nicht so wirklich sein. Ich werde das jetzt hier komplett kaufen. Ich bin ja nicht doof. Wir haben bis jetzt in jeder Sektion und ich weiß auch, dass wir in Orsama noch einen dazu bekommen. Und ich habe schon fast jetzt erahnt, wer es sein wird. Und ich glaube, dafür werden wir das hier auf jeden Fall brauchen. Das werde ich für Shell kaufen. Das kaufe ich einfach mal. Ich gebe es Liliana. Vielleicht kriegen wir dann doch noch ihre Quest. Das und die Goldohrringe. Gott, ja, weil sie da sind. Zu nur kriegt Serendie. Wow. Ich gebe wie zu viel Kohle aus. Gut. Und jetzt gehen wir zu Hermann. Ich warte mal noch auf irgendwelche anderen Gesprächsoptionen da hinter mir. Aber irgendwie kommen die nicht in Gang. Ich denke immer, jetzt habe ich mal die richtige Mischung. Aber die brauchen immer so lange, um aus der Reserve zu kommen. Nun haben sich die drei wahrscheinlich auch nicht ganz so viel zu sagen. Morrigan ist da sowieso immer relativ zurückhaltend. Stan eher vorwurfsvoll und Severin höchstens anzüglich. Ich sage nur das Gespräch mit Busen, mit Winn. Was echt göttlich ist. Ach, das ist die Tochter, glaube ich, oder sowas. Äh, warte mal. Helmi. Das war das Anwesende. Seid euch gewahrt, dass die grauen Wächter... Ja, 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 ja. Nein. Habt keine Angst, ihrem... Ach, Kiddings. Ich bin nicht auf irgendeiner Seite. Und das Ätzende ist, ich muss mich auf eine Seite schlagen. Was hast du denn jetzt schon wieder? Seine Lordschaft schätzt eure Unterstützung. Hm. Toll. Ich will das alles gar nicht. Okay, Lord Harriman. Ich habe es gehört. Jarvia und ihre Kater sind tot. Es war vermutlich vermessen anzunehmen. Sie würden sich ergeben. Ähm. Es war ungeziefer. Ich habe es beseitigt. Es ist verbracht. Sprecht ihr jetzt mit der Versammlung? Nein, ganz ehrlich. Ich habe ihr die Option gegeben. Und ich hätte es auch gerne gemacht. Ich habe ihnen Gnade angeboten, aber sie wollten lieber kämpfen. Wären nur einige aus der Adelskaste auch so loyal. Ich werde mein Wort nicht brechen. Aber als Bielin von Jarvia erfuhr, hat er die Einsätze ein wenig erhöht. Er wird in den nächsten zwei Tagen eine Wahl erzwingen. Laut Gesetz darf die Versammlung währenddessen keine andere Bitte anhören. Um euch Truppen schicken zu können, brauche ich ein letztes Mal eure Hilfe. Wisst ihr etwas über den Paragon Branca? Das endet wohl nie. Komm zur Sache. Ich kenne den Namen. Ist sie nicht verschwunden? Die Versammlung hat sie zum Paragon gemacht, weil sie einen neuen Brennstoff erfunden hat. Ja, er ist rauchlos und hat die unterirdischen Essen sicherer gemacht, als sie es je waren. Vor zwei Jahren ist sie mit ihrem ganzen Haus in die tiefen Wege gezogen, um alte Geheimnisse zu lüften. Seither hat niemand mehr von ihr gehört. Wenn sie zurückkäme und eine Empfehlung für den Thron ausspräche, müsste die Versammlung aus Gründen der Ehre ihren Wunsch akzeptieren. Okay, das finde ich gut. Das heißt, wir müssen mir in die tiefen Wege. Das ist mir allemal lieber, als hier jetzt weiter rum zu irren. Wenn ihr dadurch auf den Thron kommt, finde ich Branca für euch. Ach, das will ich ja gar nicht. Und damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass er selber... Ich dachte ja, wir würden irgendwie einen verschwundenen Sohn wiederfinden oder sowas. Ich helfe euch doch nicht. Nein. Es ist unrühmlich, sich da entscheiden zu müssen. Aber was Osama jetzt gerade braucht, ist jemanden, der auf den Thron kommt. Und selbst Belen wäre immer noch besser als gar kein König und ein Bürgerkrieg hier in Osama. Also... Seid ihr sicher, dass Branca euch als König unterstützen würde? Ich kann nicht sagen, was sie tun würde. Sie war immer schwer einzuschätzen. Sie wollte nie ein Paragon sein. Es ging ihr immer um ihre Kunst, nie um Politik. Aber eine der brillantesten Zwerginnen, die Osama je gesehen hat. Branca hasste die Dunkle Brut von ganzem Herzen. Sie wäre auch eine wertvolle Fürsprecherin, was euren Vertrag angeht. Okay, ganz ehrlich. Also, ich bin jetzt voreingenommen logisch, weil ich bis jetzt ja nur mit Herrimont interagiert habe. Belen habe ich, glaube ich, noch nicht mal richtig kennengelernt. Nur seinen Lakaien. Bei allem, was Herrimont uns bis jetzt erzählt hat, kommt er mir sehr offen und ehrlich vor. Er lügt mich hier offensichtlich nicht an, weil es kann ja durchaus sein, er sagt ja selber, ich weiß nicht, für wen Branca sich oder Branca sich entscheiden würde. Das ist mir tatsächlich sehr sympathisch. Und ich bin bislang zufrieden mit der Wahl, auch wenn ich die Wahl nicht treffen wollte. Okay, gibt es denn einen Grund zur Annahme, dass sie noch lebt? Ihr gesamtes Haus hat sie begleitet. So viele sind nicht leicht zu töten. Falls doch, bringt Beweise für ihren Tod oder ihre Leiche mit, um sie dem Stein zu übergeben. Dann hätte sie immerhin als Ahn in meiner Hand zu ihren Überresten geführt. Sie nimmt ihr ganzes, also ihr ganzes Haus heißt praktisch, ihre ganzen Getreuen und womögliche Ausrüstung und alles Mögliche nimmt sie mit, aber ihren Mann nicht. Wer war das noch, Orgrin? Sollten wir mit ihm nochmal reden? Na gut, wir werden sie finden. Meine Männer haben Branca Spur bis zu einer alten Kreuzung verfolgt, die Keridins Kreuzung genannt wird. Sie liegt viele Meilen unter unseren üblichen Wegen, aber ich habe eine Karte, die euch hinführen wird. Geht einfach durch die Minen in die tiefen Wege. Nochmals danke. Mögen die Ahnen eure Schritte leiten. Okay, großartig. Wir konnten ja auch in den tiefen Wegen bislang nicht weiterkommen. Erst jetzt wieder. Wir sind gerade aufgestiegen. Okay, cool. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, schon wieder so ein Fehler wie bei dem Wirt da am Cailenheadsee. Bevor wir das machen, werde ich natürlich noch eine andere Truppe wieder zusammenstellen, weil mit der Truppe gehe ich nicht in die tiefen Wege. Ich werde wahrscheinlich Win mitnehmen. Als Magierin und den Rest würfel ich mir dann noch so zusammen. Ich wollte aber eben noch mal, da war es nicht. Wo war es denn? Gerüchte im Ständeviertel. Massenrekrutierung der grauen Wächter bei den Kastenlosen. Jetzt wollen sie uns schlecht reden, weil wir ja für die andere Seite arbeiten. Oh Gott, das ist herrlich. Bild sprach zuerst mit den Toten und Gefallenen. Und zwar, ich muss mir eben noch mal, ja, 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 ich weiß, ich muss mir eben noch mal das Rätsel am Thron durchlesen. Wenn ich nicht draufkomme, kreuzigt mich nicht gleich, steinigt mich nicht gleich, was auch immer. Nichts geschieht. Wie war das Rätsel noch mal? Wird erledigt. Oh, wie war das blöde Rätsel noch mal? Ah, es ist natürlich keine Quest. Es ist natürlich keine Quest. Kodex. Notizen vielleicht. Rückkehr noch. Ostergard Credits. Nein. Okay, jetzt Dokumente. Festtagsstreicher, Festtagsgeschenke. Studien, Versprechende Stolz. Irving. Zirkel. Oh, warte mal. Wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Es fehlt, glaube ich, nee. Es fehlen, glaube ich, noch zwei Briefe. Oh, verzeiht mir, wenn ich heute nicht ganz so fit bin. Die Luft ist zum Schneiden hier drin. Ich schwitze wie Hulle und mein Kreislauf ist sowieso schon, ich weiß nicht wo. Also sorry, aber ich möchte ganz gern noch weiterkommen hier. Okay, bei Notizen ist es nicht. Wie doof ist das denn? In Quest bezogen ist es auch nicht. Warte mal. Ich hatte schon mal meine drei Gefährten hier abgestellt auf dieser Druckplatte. Schafft ihr es? Ach komm, was mache ich denn? Da brauche ich ja gar nicht. So, pass auf. Okay. Und jetzt gehe ich nochmal da hin. Ich weiß nicht mehr, wie der genau Wort laut war. Nichts geschieht. Wie gemein, dass ich den Text nicht mehr nachlesen kann. Irgendwas mit eins und drei oder von vieren. Irgendeine Aufteilung war das. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das ist aber auch doof. Warum Kreaturen, Gegenstände, der Lebenstrinker, Jusaris, die Drachentüter. Das sind nur die besonderen Gegenstände, die wir gekriegt haben. Kultur und Geschichte. Anderfels. Das ist aber ein bisschen Denerrim, Perel, wo ist ein Orsoma? Dunkle Brut, die Krokari, Ravain, die Legende von Moloch, die Grauenwächter, Redcliffe, die Kunari, Ostagar. Glaube der Zwerge, Politik, Parakons, Edjugend, das Schild von Orsoma, die Legion der Toten, die Statt, die Tiefenwege des Lebens, die Kasten, die Kastenlosen. Wir haben schon einiges eingesammelt, aber das nützt mir jetzt gerade nichts. Wow, Zauberkombinationen, gar nichts. Quest bezogen. Wann hast du entfesselt? Briefe. Ja, nee. Großartig. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich muss, glaube ich, nochmal nachgucken. Vielleicht können wir es doch nochmal lösen. Ich werde mir mal eine andere Zusammenstellung holen hier. Und dann gehen wir in die tiefen Wege, weil jetzt werden wir ja weiterkommen. Hier war ja jetzt auch nichts, ne? Außer, was bitte? Ein Glas für Lactarion. Willst du mich verhohnepiepeln? Oh nein, wir wissen doch alle, was passiert mit dem Glas für Lactarion. Zum Ernst? Ein Glas für Lactarion? Warum? Wie ihr wünscht. Viele von König Androns Besitztümern wurden eilig eingelagert, darunter auch Trophäen seiner langen Herrschaft. Unter den Kisten ist noch ein kleines Glas für Lactarion. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Nehmen wir das Fläschchen oder lassen wir das Fläschchen in Ruhe? Und wisst ihr was? Ich bin jetzt eine richtig fiese Sau. Und sage, das erfahren wir beim nächsten Mal. Sorry. Ich trinke jetzt erstmal einen ganz großen Schluck Wasser. Und dann schaue ich mal selber, wie es weitergeht. Ich sage bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi.